Einige Leute suchen nach einem schönen Ort, andere machen einen Ort schön. Dies haben wir uns bei Wich Immobilien zur Aufgabe gemacht. Mein Name ist Niklas Wich, Gründer von Wich Immobilien. Meine Leidenschaft gilt in Immobilien. Gerne bin ich auch Ihr Ansprechpartner für Ihre zukünftigen Träume. Die Genussregion Oberfranken und insbesondere auch Kronach zeichnet sich besonders durch ihre Lage inmitten des Naturpark Frankenwald aus. Es erwarten Sie malerische Landschaften, traumhafte Burgen und Schlösser und die schönsten Wanderwege zwischen Berg und Tal. Die Region bietet zahlreiche Gaststätten und traditionelle Brauereien. Die Region Kronach zeichnet sich durch das herzliche Miteinander aus. Nicht umsonst wurde Kronach mit seiner traumhaft schönen Altstadt, der historischen Festung Rosenberg und den anliegenden Flüssen bei einem Instagram-Ranking unter den Top 20 der schönsten Kleinstädte gewählt. Besonders stolz macht es mich hier in der Gegend mit unserem hervorragenden Netzwerk aus Finanzberatern, Versicherungsmaklern, Banken, Bauträgern und auch Freunden zusammenzuarbeiten. Spaß macht es natürlich auch im Kundenauftrag, Objekte zu finden, die eben noch nicht auf dem Markt sind und durch unser Netzwerk zustande kommen. Und das ist nicht das Einzige. Wir möchten unseren Kunden einen Full-Service in Sachen Immobilien bieten. Angefangen von der Immobilienbewertung hin zum Verkauf, anschließend zur Vermietung und gerne auch die Immobilienverwaltung. Wir sind regionaler Ansprechpartner mit einem hohen Qualitätsanspruch an uns selbst. Genau dieser Anspruch hat uns auch zum exklusiven Kooperationspartner der Raiffeisenbank Kyps mit Witz Stockholm gemacht. Hier betreuen wir aktuell mehr als 30 Kundenberater auf drei Geschäftsstellen. Wir sind sehr stolz auf diese eng gewordene Partnerschaft. Aktuell haben wir ein durchschnittliches Verkaufsvolumen von mehreren Millionen Euro und betreuen dabei jede Immobilie so individuell, wie es auch ihre Eigentümer und Kunden sind. Und mittlerweile sind schon viele tolle und langjährige Freundschaften hierbei entstanden. Dabei erleben wir es immer wieder, dass sie bei gemeinsamen Treffen betonen, wie glücklich sie mit ihrer Immobilie sind. Diese Entscheidung treffen natürlich nicht immer wir. Es ist auch oft so, dass Verkäufer noch sehr emotional an ihrem Haus gebunden sind. Und das ist natürlich ein besonders schöner Moment, wenn man merkt, das Herz spielt auch eine Rolle. Auch einige Zeit später empfehlen uns unsere Kunden ihren Freunden weiter. Und das ist natürlich der größte Lohn, was man bekommen kann. Wir bei Wich Immobilien sind nicht nur gewöhnliche Makler und Maklerinnen. Wir begleiten sie vom Erstkontakt bis zum Einzug mit voller Unterstützung. Denn wir bei Wich Immobilien wissen, gemeinsam schafft man mehr.